Hallo und Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Surviving Games und zwar in der 1.9 diesmal. Ja, ähm, ich nehme jetzt einfach mal in der 1.9 auf. Ist jetzt die erste Runde darin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sehr gut bin oder sehr schlecht. Äh, nein. Der 1.8 ist immer noch cool. Also, ich mag die 1.8 immer noch, keine Sorge. Und, äh, ja, die 1.9 auch. Der 1.9 ist einfach cool und der 1.8 ist auch cool. Und ich mach mal, ähm, relativ viel aus, damit meine FPS nicht immer droppen, weil ich habe FPS-Problem in der 1.9. Ist einfach so und ich will keine Wässerung. Man sagt ja eigentlich immer, ja, 1.9, dann hat man mir FPS und so. Also, ich habe bis jetzt, äh, die Erfahrung gemacht, dass es bei mir genau das Gegenteil ist und deswegen, ja. Ähm, die Angel... Brauche ich gar nicht erst ins Inventar zu nehmen. Oh, shit. Oh, okay. Ähm, 1.9 Killer, Killer HD. Oh, la la la. Okay, das war ein knapper Kampf. Ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal, um ein bisschen Land zu gewinnen. Und sortieren vorher noch unser Inventar. Okay, wir haben noch 4 Pfeile. Nice, rasiert. Wir rasieren gerade richtig stark. Okay, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr so gut in der 1.9 bin. Okay. Okay. Okay, ähm, die hat uns relativ low gebracht. Aber wir haben ihn wiederum bekommen. Ähm, kein Problem für uns. So, wir haben jetzt erstmal direkt Boost wiederbekommen und können dann direkt wieder in die Offensive gehen. Okay, TNT ist echt fies in dem Game gerade. Also, 1.9 und TNT ist ziemlich, äh, krass. Also, würde ich jetzt nicht so wirklich in Verbindung bringen, weil in der 1.9 ist TNT einfach OP. Zu OP. Und der hat ein Eisenschwert. Das ist schon geil, ne? Ich hätte ein Interesse an diesem Eisenschwert. Okay, die hat jetzt erstmal ein paar Pfeile wieder verschossen. Okay, ähm, ja. Die FPS droppen wieder. Aber, das ist kein Problem für uns. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen frei. Gut, ähm, wir haben Full Life. Okay, das ist ganz gut. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von hinten auf den Typen drauf. Weil der, glaube ich, nicht so wirklich mit uns rechnet. Ist der tot? Ist der gerade... Der ist gerade offline gegangen. Kann das sein? Man, ich dachte schon, der Typ sieht uns nicht. Schade. Aber ihr seht schon. Pfeile machen übelst viel Schaden. Aber ich komme mit dem Toogwarden, also zwei Hände noch nicht so gut zurecht. Der sieht uns nicht. Okay, den haben wir bekommen. Das sieht nach einer guten Runde aus. Mit 720p. Muss ich dazu sagen. Denn ich habe den Fehler gefunden. Und der Fehler lag nicht an meinem Aufnahmeprogramm tatsächlich, sondern an meinem Schnittprogramm. Ich habe das falsch abgespeichert. Und deswegen hat er das runterskaliert. Auf 360p. Jetzt kommt. Nice. Okay, das meine... Warte, ist das jetzt die erste Runde, die ich in der 1.9 je gewonnen habe? Äh, nee, die zweite. Auf alle Fälle, ähm, GG. Wir sind auf alle Fälle nicht die schlechtesten Leute in der 1.9. Äh, ich habe jetzt nicht wirklich geübt, aber, ähm, ja. Geht so. Jedenfalls, äh, ja. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, also mit der 1.9, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.